ARD Text im Auftrag von Funk Wer hab ich doch gesagt? Oh, ich hab F9 gedrückt. Hallo! Hallo! Ich hab aussehen F9 gedrückt. Ich weiß nicht, ich seh doch nichts. Ich wollte eigentlich aufs Plus drücken, aber ich hab nicht. Ist sicher, dass es jetzt schon los geht, ja. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind alle wieder dabei, plus welche Gäste Zugraben. Ja, Zugraben ist in... Ich bin gerade auf die großen Neha-Field. Ah, im Moment baut es bei mir gerade das Haus auf. Ah, wir haben ein Haus. Wir sind übrigens nicht in Dubki, sondern in der Nebenstadt von Dubki. Oh! Lass mal das Haus looten. Äh, ich... Bin schwarz-weiß. Ja, ich auch. Alter. Ach, ne, weiße will ich nicht. Was haben wir hier? Jetzt kommen schon die Ansprüche, gell? Na. Weiße Boots will ich nicht. Sieh mir zu weiß. Na, wer zieht weiße Schuhe an? Das stimmt. Ich hab schon nur schwarze Schuhe. Alle, die jetzt weiße Schuhe tragen, haben jetzt ein Disclays bestimmt gegeben. Mir egal. Damit wir noch ein paar Disclays blicken... Doch, ich find's ja ständig auf. Äh... R-Max sind scheiße. Ja, und unsere Zuschauer sind schwul. Nein. Jetzt haben wir... Schwul ist ja keine Beleidigung. Jetzt... 5.000 Disclays. Schwul ist ja keine Beleidigung. 5.000 Disclays, aber nur zwei Aponenten. Ja. Genau. Äh, ja, wie auch immer. Oh, das ist Hobby. Bin ich Taschenlampe. Oh. Kann mir mal kurz einer hilflich sein. Du hast auch... Du hast ne Waffe und ne Axt. Du hast ne Waffe und ne Axt. Ja, wenn man das Problem ist, wenn man schießt, dann kommen doch die anderen auch angerannt. Und dann wissen auch die Leute, dass wir da sind, vor allem auf dem Tagsaber. Nein, bei mir ist soviel Tag. Ich bin der W-No2. Ich bin schwarz-weiß. Ich auch. Oh, schau, 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 schau. Und und zwei Zobbis, zwei Zobbis, zwei Zobbis, zwei Zobbis. Ja, doch ne Axt. Ja, doch ne Axt. Ja, Doppel W. Achso. Ich muss mal Abstand nehmen. Fuck, Alter. Nu regle das schon wieder allein. Ja, Nu kann das keine gute Axten. Ich treff gar nichts mit der Axt. Ich treff gar nichts mit der Axt. Ich seh halt aber auch irgendwie null, ne? Hast du ne Feuerwehr-Axt? Was hab ich denn von ne Axt? Weißt du was für ne Axt da hab? Ich hab ne Feuerwehr-Axt, du auch. Die Feuerwehr-Axt sind die, sind die besten. Das ist nur... Geh mal hier drauf. Oh! Ah, was ist denn hier los? Wo kommen denn die alle her? Ja. Ja. Na, 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 na. Auf jeden Fall, unser Ziel für die heutige Aufnahme. Was übrigens, Achtung Spoiler, die letzte Aufnahmesession erstmal sein wird. Ohhhh. 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 Warum das so ist, werdet ihr nach der letzten Folge und genau dieselbe Uhrzeit erfahren. Genau. Die ungefähr ein 3 oder 4 Tag kommt, je nachdem wieviel folgen wir heute aufnehmen. Genau. Erstmal den Rücken. Na, da seitet die nicht Rückenachse. Oh, noch einer! Was ist denn los? Wurde Hinsen? Ey, was ist das denn? Ich glaub, die wurde noch nie besucht hier. Da kommt der aus dem Eingesprung. Ohhhh. Ich glaub, es kam irgendwann mal... Ja. Daisy Update. Ja, ja. Wollen wir da in die Häuser rein? Na klar. Echt? Oder nicht? Ne, ich werd in die Häuser nicht gehen. Ich werd sie nicht zu luten. Ach, das sind die Häuser, wo's nicht die... Ach, das... Na, die Sache ist, ich will ja... Also ich... Da... Da ja... Hinter uns ist das Hobby übrigens... Wie schon die... Wie, wie schon erwähnt, dass die letzte Aufnahmesession ist, will ich die jetzt nicht mit irgendwelchen sinnlosen Pränkeleid verbringen. Thorn Daun... Wo ist denn drin keine Waffe? Ja, deswegen... Loten wir auch die zwei Supermärkte und dann Dup geht die zwei Häuser nochmal durch. Und geht dann nach Balota aus Erfield. Oh, ich werd ja schon mal drauf geschossen. Hab jetzt keiner... Kein Bock drauf zu gehen, irgendwie. Übrigens, du kam bis oben beim Erfield in... Pfff... Keine Ahnung, wie das jetzt heißt, ne? Ja. Ne... 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 gasstation haben wir hier so eine gaslampe gefunden gehabt die habe ich noch mal geschmissen kennen kann ist da haben wir hier ist ein schulrucksack blue child briefcase hat auch ein weniger platz als ich übrigens hier sind auch um 1000 1000 was auch mein gott der ist durch die wand geflüchtet ich würde gerade sie kommen soll wie immer ich will damit schlagen das ist natürlich echt ärgerlich gehen das ist immer wieder meine achtskills gezeigt was lieb ich sage ich finde das und findet das infektionsmittel und das steht dass man trink wir gehen jetzt hier rüber was ich was ich mein werfen muss das finde ich an die sie super mittlerweile dass du halt wirklich alles trinken essen kannst was halt so geht ich weiß du könntest ja nicht auch das zeug essen und Prozent des witzes will trinkt aber er hat auch auswirkungen haben die Pech aus was ich aber gut ist die möglichkeit hat sich zu entscheiden er wurde zu ihr zu sehen habe ich noch was zu essen guck gleich mal nebenbei so eine maus hier so ich habe noch eine dose bohren ich habe noch 50 Prozent Tuna und ich bin selbst ungerlich an der Stelle wird ich wird ich die waffe auf die ich habe ich habe ich habe noch eine Kenzartin das ist gut apropos trinken das ja bin absolut überfüllt mit trinken und essen und hast nicht gesehen hast du es gut also blieb ist weil wenn wenn es wirklich ein gegner kommt er schaut die auf uns knallt da ziehe ich meine waffe ja bis du die gewechselt hat gewählt schon längst sein das stimmt allerdings ich sprinte mit doppel wie im zick zack da trifft er mich eh nicht das denkst du die nur das ist wie css einfach drei wieder neben kopf schießen und schaut wobei ich ich weiß ach da kommt schon wieder zu werden kann ich habe nur eine fortete kiwi im guten zustand gefunden das ist sogar ein soldats hobby machen jetzt mehr schaden ja und heißen wir treffen ich bin ja achst meister 3000 daher das finde ich an der sie ja und kundes braucht was finde ich an logo gut achst gilt es ist ein sechs gilt es ist ein sechs natürlich ich hab die ganze server gepasst aber ich finde sie rechts oben bestimmt kurz davor durch das recht dann hat es zombie in uns in uns in uns zwei doch voll die action ja ich habe mich angesprungen da hat mich angesprungen er hat das ist jetzt diese diese zählte zum bieten diese zählte zum bieten ein von so weit entfernung rechts noch einer ich habe das an der axt oder haa nur wo du darfst ich ab sofort nicht mehr beschweren dass in der sie zu wenig zölpisten die schlecht geworden ist ja das stimmt also ich muss jetzt ja 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 also es ist schon ein paar erster bieten dort im boden im supermarkt ja das kenn ich da weil die ja weil die nicht die rücken hochgehen können die klitschen einfach durch ja nur was bei mir aber auch schon mal drin gesteckt und nicht bei novo auch das gerade so hat kopfschuss mit axt was ist das hier wie in ccn6 in kopf gemessert ja das sind irgendwelche irgendwelche patronen sind hier also echt patronen nehmen wir mal kokheim nehmen wir mal mit falls ich auch irgendwann meine waffe finde was sind das für welche da es sei es ist zwar zwar ist was schon und so läuft im boden noch so und das sind für den zähl in mir passt zu schützärgerlich gehen das ist ein kurzer als erdeckte Zeit im auge ich mich nicht das wird uns umgehen Störb, Zopi, Störb! Schluss stopfst du. Ich glaub's aber auch fast. Nech und Novo haben noch sehr viel Blut. Ich bin Heelvieh und N-Reis. Muss ich ja nicht mal drauf anlegen. Ich hab's halt nicht drauf angelegt, ich war bloß immer kurz vor dem Verhunger. Ach, das braucht so einen Platz. Ich hab jetzt zwei verschiedene Arten von Munitionen, gell? Das ist gut. Aber nicht die Waffe dazu. Vielleicht find ich ja noch eine. Ihr könntet ja natürlich auch irgendwie mal versuchen. Fahr einmal hier in den Autos, ob hier was ist. Geht ihr auch ins Auto reinpacken? Ja, natürlich. Wir könnten auch auf mich warten, Jungs und Mädels. Wir sind hier doch noch. Habt ihr hier alles durchgeguckt, ja? Im Supermarket? Ja, hinten auch. Da lag nur ein Schraubenzieher. Damit kann man Dosen ganz gut aufmachen. Ich hab ne Axt. Ach, ich trau mich. Ja, da geht aber halt, äh... Ihr habt ja einfach bei Tutfischübersehen. Ey, was ist denn mit euch los? Echt, hast du den aus dem Auto? Nö, aber ich hatte den Lack im Supermarkt. Ey Leute, was ist denn mit euch los? Seid ihr das hier? Ja. Na, wo bist denn du? Bist du da mit der Axt rechts? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, da hinten aus lag ne Dose Tutfisch. Ja, da kam ein Zeug mit, aber bin ich grad weggerannt. Och, du hast da Axt. Aber nicht Axt für im Boden liegende... Was liegt denn hier? Hab ich auch schon geguckt, ist nichts. So, ich was sagen, wir gucken jetzt nochmal schnell... Ist eigentlich natürlich blöd, dass wir die letzte Aufnahmesession aufgehört haben in... Hier, Stadt, nebenan. Ach, wirst du, warum drehe ich mich eigentlich die ganze Zeit um? Das weiß ich doch nicht. Ich kann mich doch so umdrehen. Ääh, weil wir laufen jetzt ja nach Dubki und dann wieder zurück nach Balota. Ich bin übrigens hungrig und durstig. Und da hinten. Was denn? Nusson? Ja. Was denn? Guckt mal hinter euch. Ah ne, ist ein Zombie. Oh, Alter. Es sah gerade aus, als ist da jemand mit der gezogenen Waffe rumgerannt. Achso. Zombie mit einer AK, ja. Ja. Deswegen habe ich das gedacht, es wäre ein Mensch, der hier mit der AK rumrennt. Warum gibt es in den Spielen, was in den fiktiven Ort in Russland spielt, keine AK? Das? Das frage ich. Das ist so eine Sache. Ein Lied, ein Trink. Hinter das Zippe übrigens zwei Zombies. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Das hat hier ein Zombie-Haus geplantet, oder was? Ja, ja, wir haben echt. Wir haben bestimmt schon zehn Stück umgelegt. Das ist ja für mich nichts Neues, gell. Wir sind jetzt links hoch, gell. Ja, wir müssen jetzt hier... Nur, man muss ja ständig Leute umlegen. Hier oben, jetzt hier gerade hoch, so halb links. Das sind die zwei Häuser. Da vorne kommt wieder ein Zombie. Übrigens, weil ich es noch mal erwähnt habe, da niemand dieses Let's Play fürd. Wenn man sonst guckt, ist es natürlich schlecht, aber für alle, die DC spielen wollen, versuchst du nach Dubki zu kommen. Ist das gerade heller geworden? Keine Ahnung. Es ist um zwölf jetzt. Achso. Dann ist jetzt der höchste Standpunkt der Sonne. Genau, ich bin auf norwegischen Server. Genau, weil... Weil, was ich jetzt sagen wollte, weil Dubki ist kein Schwein und hier gibt es eigentlich alles lebensnotwendige. Das stimmt, vor allem nicht auf dem Server, wo nur acht Leute drauf sind. Da, da... Nö. Ist eh alles so eine Sache für sich. Ich meine, da können wir uns noch... Ich auch nur campen mit unserer Axt und die Leute-Axten. Ja, hast du eigentlich nichts für den Waffen-Novo? Nö, immer noch nicht. Und ich habe zwei verschiedene. Aber es ist ja die Tür auf, finde ich nicht nett. Äh, guck dir oben, ich gucke unten. Genau. Das liegt jedenfalls verrottet ist und ein Messer. Sind das noch ein Messer? Ein Rampo-Marete. Ein Rampo. Die ist jetzt auch neu drin, die Rampo-Marete, gell? Oh, sind das hier auch eine Mütze? Ich habe wieder Boots. Bische Schuhe. Hier sind noch mal Boots. Schwarze Schuhe, Jogging-Schuhe. Ein Schwarz-Rot. Ah, ne, ich habe schwarz-pinke Schuhe. Na, dann nehme ich die natürlich nicht. Ehrlich, schwarz-pinke Schuhe. Kannst du nicht mit pinken Schuhen rumlaufen? Ja, worauf sie nicht? Pinken Schuhen gehen doch voll ab. Also unten liegt hier nichts weiter, gell? Ich gucke, er war in den letzten 24 Stunden. Ich bin mit mir auf dem Weg zu da. Und unten liegt da, wie ein Hoodie. Hier liegt Saline-Pack-4. Haben wir auch schon oft genug. Das ist ein Saline-Pack. Damit kannst du auch so Blut auffüllen und so, dass du wieder normal siehst. Hab ich auch noch in meinem Inventar. Ich hab in meinem Inventar... War jemand schon ganz oben? Nö. Ganz, ganz oben noch nicht, aber die nächste Tasche war schon. Was jemand, wo jemand einen Kompass angucken kann? Nee, ich hab auch einen. Ich hab braune Jeans. Da war ich schon nur. Ja, ich wollte gucken, ob die mehr Platz haben als meine. Aber haben sie nicht. Ich hab Panther-Pants. Also ich hab jetzt einen Hoodie gefunden, einen grünen, der hat vier Steckplätze. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Ich hab nur ein T-Shirt mit zwei Steckplätzen. Und zwar hab ich eine Bandage und eine Dose Hoodfisch in mein T-Shirt stecken. Sehr gut. So, ich esse jetzt erstmal kurz was und trinke mal ganz kurz was. Ah, ich hab's gefunden. Hast du gefunden? Aber wie man einen Kompass angucken kann. Hey, hier ist eine Säge. Sehr gut. Damit kann man auch Dosen aufmachen. Ja, wir haben ja schon Zeug zum Dosen aufmachen. Ich hab doch einen Dosenöffner. Der ist am besten dafür. Weil bei den anderen Kram geht immer auch Fusslos verloren. Wieso auch immer, gell. Ja. Mit Schraubenzieher kann man auch so einen Dose öffnen. Und diese eckigen Fischdinger, die kann man auch so aufmachen ohne irgendwas. Ja, das stimmt. Das esse ich gerade. Ich auch. Ich hab aber auch nur noch 69% Essen, sonst nichts mehr. Ich hab jetzt noch 25%. Ich hab mittlerweile so viel Kram, ich kann den Krieg anfangen. Ich hab ja noch zwei Dinger, die man öffnen müsste. Fressen bis zum Abwinken. Ja, das kann doch Max machen mit seinem... Was denn, was denn? Zwei Dinger, die man öffnen müsste. Wenn ihr was braucht zum Essen. Nee, ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab auch. Aber wer ist denn das hier? Ich? Das ist hier eine Säge. Das war's dir erzählt. So, jetzt gehen wir doch ins Haus nebenan. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch. Und dann wird es dann auch nach Balota. Hat eigentlich immer eine Zeit im Kopf. Na, fünf Minuten noch. Lea blockt, ich komm hier nicht durch. Hey, wieso block ich? Ich stehe da gar nicht in der Tür. Bei mir standest du voll in der Tür. Ja, bei mir auch. Ja, es hat aber allgemein gerade gelegt. Ihr liegt ein Tor, also. Ja. Es hat nämlich gerade bei mir gegen die Wand gelaufen. Danke. Gesundheit. Gesundheit. Oh. Musst uns ja die Zeit geben, dass wir das sagen können. Herrlich. Ja. Ich hab gerade nur orangees Sauberzeichen. Ich auch. Was haben wir denn hier? War zweimal zuunverstoße. Eine richtige Banane. Eine Mütze. Motorradhotel. Aus uns nichts. Was haben wir denn? Liegt hier was auf dem Tisch? Ja, hier liegt was auf dem Tisch. Was ist denn das? Ein Can-Opener. Oh ja, mein Can-Opener. Ab, kannst du ja mitnehmen. Kyrus hat einen. Kyrus hat einen. Kannst du auch mal mitnehmen. Falls Kyrus stirbt. Ach, der stirbt nicht. Der kann ja looten. Eben. Feuer, gefälscht. Erstmal Teammates looten. Dann zurück angreifen. Ja, richtig. Beziehungsweise abhauen. Da ist noch ein Backpack. Da liegt ein Stift. Talon-Backpack. Ja, mit kannst du Nachrichten schreiben. Hatte ich auch schon einen. Habe ich dann wieder weggetan. Brauchst auch noch Papier für. Ja, ich weiß. Ist das ein Chimps? Es ist ein Chimps. Schreib uns auch ein Chimps. Schreib uns auch ein Chimps drauf. Auf Papier und dann wirst du umgelegt. Und der lootet dich. Ich habe hier Portable Gasstove und ein Gas-Weapon-Flashlighter. Äh, Kanister. So was brauche ich auch noch. Ja, also wir können hier... Aber ich kann das wieder nicht mit meiner Pumpe machen. Ich habe schon Gaskanister. Ich auch. Ich glaube, das kommen wir dann zusammen mit dem Chemik. Wir haben mal ein Platt-Test-Kit, das nehme ich mal mit. Ja, habe ich ja, aber das geht ja trotzdem nicht. Das passt nicht drauf. Und eine Vitamin-Botel nehme ich auch mal mit. Ja, da braucht man ja immer ganz spezielle Sachen extra. Ich habe eine M4, meistens passt da drauf. Weiß ich nicht, bei Nova passt bestimmt drauf. Aber er sagt immer, braucht ich keine Scheiß-Taschenlampe. Ich brauche keine Scheiß-Taschenlampe. Ich erinnere mittags drauf. Ich habe nur eine Kopftaschenlampe, die reicht. Ja, habe ich auch. Ich auch. Die geht aber bei mir nicht an. Warum nicht? Doch, da musst du erst die Batterie reintun. Na klar, muss man nur was Batterie reinmachen. Hier ist ein Baseball-Cap. Ein schwarzes. Ich weiß. Nämlich. Ich habe nämlich schon keine Mütze. Warte, ganz oben schon? Ja. Achso, da gibt es noch ein nicht. Ne, das sage ich auch nicht. Was ist denn hier? Hier liegt doch noch irgendwas. Ah ne, das ist nur so ein Strahlen. Ich kann meinen, wenn ich meine Batterie draufziehe, auf meinen Hut passiert nichts. Hier auf deine Hut. Das ist auch da extra Blackhead-Torch. Ja, wenn ich das da draufziehe, meine Batterie passiert nichts. Dann nimmst du mal in die Hand das Ding und dann zieh mal die Batterie drauf. Das wäre ja so cool. Dieser wunderschöne, lila Rucksack und diese wunderschönen pinken Schuhe. Ich habe einen schönen Rotmauchssack. Mensch, ich kann es leider nicht sehen, Novo. Ich auch nicht. Aber gut, wenn ich auf Tab drücke, sehe ich es. Oh, jetzt muss ich schon wieder essen. Jetzt habe ich da nichts mehr. Ah, jetzt. Ich habe genug zu essen. So, essen haben wir uns nicht mehr. Ich habe drei verschosse Dosen. Oh, jetzt habe ich Angst, dass Tobi kommt. So, aber die Folge ist jetzt hier auch erstmal rum. Genau, die Folge ist jetzt erstmal rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.